Nicht viel, aber ich weiß, ihr werdet das spreaden. Nimmt das auf, macht Screen Recording, jetzt. Macht Screen Recording, macht Dings. Macht Screen Recording. Versteht ihr? Okay? Ja, ja, genau. Macht Screen Recording, damit wir den Beweis haben. Guck mal, ich bin hier live in Wien, ich such diesen kleinen Jungen hier, wir können ihn nicht fluchen. Ich such den, er schickt mir Dings nicht, er schickt mir Standort nicht, okay? Und, äh, wir haben aber was rausgekriegt. Wir haben rausgekriegt, ne, das, das, ne, mitsagen? Wir sagen es noch nicht. Wir sagen es noch nicht. Bruder, wir sind hier in Wien, in Wien, Allerheiligenplatz. Danke, Bruder. Allerheiligenplatz sind wir. Allerheiligenplatz. Und ich warte seit zwei Stunden auf einen Standort, den er nicht schicken will. Das Einzige, was er macht, ist hier live gehen, verkokst und verjunkt und verhundet, wie der ist, geht der live und er schickt nicht. Okay? Wo bist du denn? Warum blockierst du mich? Oh, bleib doch mal beim Punkt. Was machst du denn? Ich bin doch jetzt hier in Wien. Wo bist du denn? Keiner gehört's für den. Was machst du hier auf öfterm Licht auf irgendwas? Du hast mich doch blockiert, oder nicht? Hast du mich blockiert, ja oder nein? Hast du mich blockiert, ja oder nein? Wo bist du denn? Hast du mich? Ich frage dich. Hast du mich blockiert, ja oder nein? Was machst du denn? Hast du mich blockiert, hast du mich blockiert, ja oder nein? Komm zum Punkt, warum bist du am Witzen? Hast du mich blockiert, ja oder nein? Sag es doch. Sag es doch. Habt ihr gesehen, er hat mich blockiert? Habt ihr gesehen? Ganz einfache Frage. Habt ihr gesehen, er hat mich blockiert? Habt ihr gesehen, er hat mich blockiert? Er hat es selbst zugegeben, aus seinem Eschek-Mund ist gekommen. Er hat mich blockiert. Versteht ihr? Er hat mich blockiert. Dann redest du. Du blockierst mich und redest. So ein Mann bist du? Hier, hab ich dich nicht vor 3.000 Leuten gefragt. Hast du mich blockiert, ja oder nein? Ja oder nein? Warum blockierst du mich 3 Stunden, wenn du so ein Mann bist? Ohne Scheiß, er blockiert mich.